Höre, Glaube und Lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von Angie White. Körperliches Leiden lindern, 26. Juni Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nachher herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Matthäus 10, Vers 7 und 8 Gefährliche Zeiten stehen uns bevor. Die ganze Welt wird ratlos und in Not sein. Krankheiten jeder Art werden die Menschheit plagen. Und die Unwissenheit, die jetzt bezüglich der Gesundheitsgesetze herrscht, wird zu viel Leiden führen und zum Verlust vieler Menschen leben, die eigentlich hätten gerettet werden können. Wenn religiöse Aggressionen die Freiheit unserer Nation untergraben, werden alle, die für die Gewissensfreiheit einstehen, in eine ungünstige Lage versetzt werden. Um ihrer selbst willen, sollten sie, solange sie dazu Gelegenheit haben, sich in Bezug auf Krankheitsursachen, Verhütung und Behandlung informieren. Wer das tut, wird überall ein Arbeitsfeld vorfinden. Es wird immer sehr viele Leidende geben, die Hilfe brauchen, und zwar nicht nur unter unseren Glaubensgenossen, sondern hauptsächlich unter Menschen, die die Wahrheit nicht kennen. Das medizinische Werk, das in Verbindung mit der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft durchgeführt wird, soll wunderbare Ergebnisse hervorbringen. Es soll ein heiligendes und einigendes Werk sein, eine Parallele zu der Aufgabe, die das große Haupt der Gemeinde seinen ersten Jüngern übertragen hatte. Als er diese Jünger zusammenrief, gab ihnen Christus ihren Auftrag. Geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf. Macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Siehe, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen, und ohne falsch wie die Tauben. Matthäus 10, Verse 7, 8 und 16 Es tut uns gut, dieses Kapitel zu lesen und uns durch seine Weissagungen für unsere Arbeit ausrüsten zu lassen. Die ersten Jünger führten auf christige Heißen Aufträge aus. Sein Geist sollte ihnen den Weg bereiten. Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass sie mit solch einer Botschaft, mit solchen Segnungen in die Häuser der Leute freudig aufgenommen würden. Durch die Linderung körperlicher Leiden erreicht Gott die Herzen. Der Same der Wahrheit wird in das Gemüt gesenkt und von Gott bewässert. Viel Geduld mag nötig sein, bis dieser Same ein Lebenszeichen von sich gibt. Aber schließlich keimt er auf und bringt Frucht zum ewigen Leben. Wie langsam die Menschen begreifen, welche Vorkehrungen Gott für den Tag seiner Macht getroffen hat. Amen. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Bis zum nächsten Mal zur Andacht mit dem Thema Berufung aufs Sonntagsgesetz am 27. Juni. Pier señora step � 왜냐하면 sofort eingeführt